Ihr sucht nach Tuning-Ideen für euer Moped, für euer 50 Kubik-Eisen, dann passt heute auf. Wir sind am Moped mit dem Neu-Tal, wo alles an Tuning-Geräten dasteht. Von der einfachen Tunerei-Optik bis zum Hardcore-Tuning-Projekt ist heute alles dabei. Ich zeige euch die coolsten und schönsten Motorräder, die wir gefunden haben in 2022. Los geht's! Das erste Moped ist auf Basis der Aprilia SX50 noch aufgebaut, aber man merkt schon, hier ist wenig original. Wir haben zwei Scheibenbremsen vorne, wir haben hier unten Motor-Tuning gehabt, wir haben hier auch spezielle Reifen. Ich finde, das sehe ich immer öfters. Neuerdings sind so übergeklebte Continental-Aufkleber, so herhaben in Weiß. Aber ich muss nur schauen, lügt er uns an, ist das ein Conti-Reifen oder ist das was anderes? Ne, das ist kein Conti-Reifen. Der Flunk hat uns da ein bisschen an bei seinem Tuning-Projekt. Und ja, Kennzeitenhaltung ist überall unten. Teilweise sind immer mehr Dachoelemente drauf auf die Mopeds. Natürlich nicht mehr Straßenliegen, aber durchaus optisch immer eine Augenweide und das Dekor, dieses glitzernde, feine Sache. Wenn du daneben schaust, siehst du hier so eine klassische. Das ist so, okay, einfaches Tuning in Pink, noch straßenlegal einigermaßen. Ich glaube aber sogar tiefer gelegt. Oder der Stände ist einfach abgeschnitten. Nicht ganz so sauber. Schauen wir weiter. Hier ist dann was ganz, was, ganz was Edles. Auf Slicks gestellt. Zwei Scheiben vorne. Seepack-Gabel. Hier unten eigens angefertigte Auspuffanlage. Komplett alles aus verschiedenen Geschichten. Eigens angefertigter Motor für das Motorrad. Eigener Vergaser, eigenes Fahrwerk. Sogar mit WP-Aufkleber. Wird kein WP-Fahrwerk sein, aber es wird ein WP-Aufkleber. Dunlop Racing K-133 Reifen. Das sind die Reifen, die auf der RC4 drauf sind, glaube ich. Wenn wir dann daneben schauen, sehen wir dann natürlich Jägermaster-Moped. Gehört zu jedem guten Ton. Lustigerweise sogar mit Temperatursanzeige. Wenn man hier hinschaut, sieht man eh schon mal. Kleine Heberl sind verbaut. Andere Radical Racing für die Bremspumpe oben. Kleines optisches Tuning mit Stickern drauf. Anderer Motordeckel, dass es ein bisschen mehr shiny ist. Andere Fußrastenanlage. Rote Kette. Türkises Hitzel. Rotes Kranzel. Also alles sauber, feinst aufpoliert. Hier sogar schon ohne Ständer, damit es noch ein bisschen cooler wirkt. Natürlich haben wir einen anderen Lenker drauf verbaut, einen roten. Wenn ich hier drüber schaue, haben wir eine Beta-Track zum Beispiel auch richtig arg umgebaut. Zwar durchaus ein bisschen fragwürdig mit dem Schlauch hier, aber sieht bombig aus. Schöne Auspuffanlage. Auch hier das Beta-Dekor noch drauf. Ein bisschen überklebt schon das Ganze. Hier für den Kühler und dicker Schlauch verbaut. Der optisch ein bisschen mehr hermacht. Oben natürlich andere Griffe verbaut. Man merkt schon, hier ist richtig viel Geld reingeslossen in die verschiedenen Tuning-Projekte. Komplett gepulverte Geschichte. Auch in rot haben wir hier mit AliExpress-Scheinwerfer regelt, hätte ich gesagt. Auspuffanlage auch wieder eine neue. Und eins, was sich auch geändert hat, seitdem ich Moped gefahren bin. Der neue Trend ist, die ganzen Ausläufe hier in eine Dose reinzulassen. Einmal mit Red Bull, einmal eine Bierdose. Alles das wird entweder drangetippt oder mit Kabelbinder gemacht. Man muss ja sagen, das Grün fittet auch ziemlich geil bei der Wendt. Aber ich würde mich interessieren, ja, ist auch ein Sportluftfilter, sehe ich da schon mal hinten drinnen. Es wird hier, glaube ich, an jedem Moped herumgeschraubt. Ich kann mich selbst noch erinnern, Ritzel, Kranzel tauschen, Luftfilter, Andersdüserl, Infragaseine, all das wird hier gemacht. Aber auch irrsinnig viel auf Dekore. Also schaut sich das an, was hier da steht. Dann auf einmal, wenn man da drüber schaut, stehen hier einfach komplett umgebaute Buchs. Ein Festival für Tuner, ein Festival für Leute, die Ideen auch finden wollen, für ihr Moped, für ihr Motorrad. Da kann man schon einiges suchen. Daneben eine Sportler, holy crap. Alles Eigenbauten. Ich finde es immer so geil, dass man mit wenig Geld viel machen kann. Geht es mal zur WSP, schaut es mal, was die da hinstellen. Der kostet die Bahn, egal, 50.000 Euro. Und damit kannst du hier fast den ganzen Fuhrpark tunen. Und das ist trotzdem einzigartig, so in der Form. Ich muss sagen, schaut nicht schlecht aus, oder? Für die Leute, die es ein bisschen ernster nehmen, gibt es natürlich hier die Slick-Abteilung, wo sie die kompletten, umgebauten Mopeds auf Slick stellen für die Rennstrecke, für den Track hier, um dann einfach nochmal ein bisschen schneller zu sein. Das sind dann wirklich komplett leistungsgetunte Mopeds, die dann auch, soweit ich weiß, die die zwei Rennen hier auf der Veranstaltung auch fahren. So, und wie erreicht ihr eurer 40 PS für die Rennstrecke oder für das Track Race oder einfach für das Stunt-Areal? Naja, Gearpads 24 hat alle Teile, die ihr benötigt, um euer Moped komplett aufzutunen, komplett zu verbessern. Eigens entwickelnde Ausrufanlagen, eigens entwickelnde Dekorsätze, Verkleidungsteile, Zubeharteile, Zylinder, Häfen, alles, Ritzel, Kranzel, das findet ihr bei Gearpads 24. Aber bei all dem Tuning gibt es dann auch noch mal originale Mopeds, die nur beklebt sind. Ich glaube, ja, okay, ist noch ein originaler Hefen drauf. 50 Kubik Aprilia SX, originale Lichtmaske, alle Straßen, egal, soll es auch noch geben hier auf dem Moped Meet. Also ihr merkt schon, egal welche Kategorie du unterwegs bist, hier geht es aber nur um Zweitakt, Zwei Räder und alles andere ist komplett wo, wie du. So, das nächste Bike setzt in der Optik auf Orange, gepulferter Rahmen, Speichen in Orange, gepulferte Felgen und auch natürlich gepulferter Zylinder, wichtig, MVT-Zylinder, Gearpads Kupplung und auch Gearpads Bremse, Kupplungsheber, Bremsheber, alles von Gearpads, komplett in Orange und noch was ganz Wichtiges in der Optik, Stage 6 Auspuffanlage. Hier sind möglich zwischen 19 und 20 PS circa am Leistungsprüfstand, aber gerade im Moment läuft sie nicht so ganz. Man muss schauen, was sie hat, aber ich bin mir sicher, sie wird schnell wieder laufen. Ich muss auch sagen, von überall kommen sie her, aus Vorarlberg in dem Fall, also ganz österreichweit, Deutschland, kommen die Jungs und Mädels her, um zu zeigen, was sie auf ihre Mopeds draufbauen können und was sie daraus gebaut haben. Und das zeigt mal wieder, mit wenig Geld ist viel möglich. Ach ja, es gibt schon das ein oder andere Ranzmoped hier auf dem Platz, aber auch das ein oder andere Edeltuning, wo man wirklich sagen muss, dass in ein paar tausend Euro reingeflossen, damit das so dasteht. Oftmals viel, viel kleine Handarbeit, kleine Arbeiten und ganz, ganz viel Herzblut. Und das taugt mir eigentlich, dass die Community hier so zusammenhält, so gemeinsam dieses Event macht und dass sie einfach tunen. Einfach was Geiles. Nicht auf Legalität, nicht auf Euro 5 Normen, auf alles scheißen und einfach ihr schönes Leben hier leben und tunen. Und das ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Das Moped mit in Neutal, powered bei Gearpads24. Ich war froh, dass ich hier war. Jetzt meldet es euch an. Link ist unter der Videobeschreibung. Mein Name ist Tom. Danke fürs Zusehen. Haut rein und fit euch.